Was? Ein Haken. Das ist ein... Avialflansch. Großartig. Ähm, ein Millball. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Ja, das muss wirklich anders gehen. Kupfkratz. Hallo, Wal. Ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte Recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Komm, Fischi-Fischi. Ich hab doch hier fast vor Zuckerwarten. Hm, vielleicht müssen wir die Zuckerwarten. Komm, Fischi-Fischi. Ist wohl auf Diät. Was? Ja. Ähm. Strohhalm. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt... Keine Chance. Ich werde bis... Hm. Tja. Ein Rambok wäre mir lieber. Ein Rambok wäre mir lieber. Ein Rambok. Da finden wir jetzt einen Rambok, ja. Hm. Komm, Fischi-Fischi. Nee, das bringt nichts. Ist wohl auf Diät. Hm. Hm. Knar-tsch. Hier. Da gibt's noch was, was wir... Womit wir hantieren können. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Achso, das ist die Phosphorspur. Ja, die hilft uns auch nicht weiter. Hm. Nix. Hm. 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 Nadelhaufen. Wir brauchen ein Fischchen. Wir brauchen ein Fischchen für den Wal. Vielleicht können wir den damit anlocken. Ich weiß auch schon, wo wir ein... ein Fischchen herkriegen. Da habe ich vielleicht schon die richtige Vermutung. Da haben wir noch einen... Satellenautomat, wenn ich das richtig... in Erinnerung habe. So, hier. Ist es ja nicht weit. Gut. Da nehmen wir uns ein kleines... Satellenchen mit. Ja, Satellenautomat. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen. Wirf. So. Einmal Phosphor. Fisch. Maschine. Mach mir hier raus eine neue Geschmack. Nicht. Hm. Vielleicht können wir es mit der Zuckerwatt kombinieren. Das Auge. Das Auge. Tja. Ähm. Maschine. Mach mir hier raus eine... Mitzige. Tja. Können wir dann... Tja. 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 Jetzt geht es weiter. Zwischen um die Ecke. So. Phosphor Spur. Ok, jetzt haben wir eine Phosphor. Komm Fischi Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Müssen wir erst mal aktivieren. Köder. Taschenlampe. Wozu haben wir denn eine Taschenlampe? Sehr gut. Komm Fischi Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Ach du Schreck. Äh. Dummes Viech. Ich bin mir nicht sicher ob das gut ist. Oh, doch. Jetzt können wir weiter. Achtung Schreck. Kabelschacht. Boot. Ein Boot. Eine Truhe. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Piratenboot. In den Kutter. Acht und halb. Wer? Wen haben wir denn da? Wo? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Bozo. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast. Doc? Was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus. Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemals entführt. Gut. Das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht. Stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwetten. Das ist richtig. Da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Ich habe mich einig. Ich habe mich einig. Ich habe mich einig. Sag sie mal her. Yuh. Einfach den Eject Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte. Für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. OK. Okay, die Datasette. Fast fallen lassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Bio-Müll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Muss man die richtige Datasette zeigen? Ah ja, und deine Diagnose? Ähm, die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrocken und warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Nichts weiter. Und du bist voll drauf eingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Und wie sollen wir hier reinigen? Reinigen auf die Brille. So ähnlich. Das ist ja, das ist ja. Reinigung auf die Brille. Ähm, das ist die richtige Datasette. Ähm, ja, ähm, wie. Kohls Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Wie soll man die jetzt? Das ist also geboren. Au. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir. Oh, wie der Sauber. Ein Stäubchen. Ach, du Schreck. Äh. Sauber, sauber, sauber. Staub ich. Was dann? Äh. Was genau? Ähm. Das ist die Datasette. Puh, lass mal sehen. Ja. Gut. Nein, noch nicht ganz. Da ist immer noch etwas Staub. Mann, was sind wir heute wieder klingelig. Tja, äh, so. Hm. Hm, die Datasette. Leseknopf. Chip. Kontakte. Kontakte anfassen. Hm. Weiß er nicht. Was sollen wir hier? Was, ähm. Sauber. Sauber. Stamm. Was. Hm. 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 Tja, ähm, Schlüssel. Vielleicht finden wir da eine Truhe, was soll das? Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnet. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundere dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Hm. Stammfädeln. Das wäre jetzt ganz toll. Ich würde den Fädel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Riecht doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Sicher. Gut, ähm, ich kann mal jetzt hier die Kiste aufmachen mit dem Schlüssel. Wie kann man da was Nützliches drinnen? Riecht, kein Vert... Hm. So, hier. Tor. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Oh wei. Was ist drin? Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blase-Balk, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste. Und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchen kram, lass ich mal rein. Das ist nur richtig. Hier noch etwas, was wir brauchen können. So, ähm, Drahtbürste. Oh, okay, ähm, Staubwedel. Ach, bitte, Bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, ähm, oje, Fettfleck da. Ich hole noch mal rüber. Ey, Fettslöser. Hm, nicht gut. Fetzt. Ähm. Was denn? Die Drahtbürste? Auf Golds Bewusstseinschip? Ach, warum nicht? Ähm, dann noch mal, ähm, ich weiß nicht, was das bringen soll, aber, ja, Staubwedel. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Tja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hm. Hm, Drahtbürste. Nur im absoluten Not. Ja. Fettlöser. Ja, 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 ja. Ich bin's Drahtbürste. Nur im absoluten Notfall. Ähm, ja, Doc. Ich weiß nicht weiter. Ähm. Vielleicht kannst du mir helfen, Doc. Ähm. Ich hab's versucht. Ist die Datasette denn jetzt sauber? Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Lass mal sehen. Heiliges Kanonenrohr. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich hab mich kurz umgedreht und auf einmal war sie so. Ist ja auch egal, wie's passiert ist. Du musst das Zeug irgendwie wieder runterbekommen. Am besten machst du nichts Drastisches. Also, keine Stahlwolle oder so. Okay. Bestanden. Ich hab hier noch ein... Ich hab hier noch Drahtbürste. Nur im absoluten Notfall. Nur im absoluten Notfall. Ähm. Drahtbürste. Das ist ein absoluter Notfall. Tja. Ähm. Ist die Datasette denn jetzt sauber? Puh. Ich weiß nicht. Ich hab hier noch mal sehen. Hm. Ich hab hier noch keine Stahlwolle benutzen. Heiliges Kanonenrohr. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich hab mich kurz umgedreht und auf einmal war sie so. Ist ja auch egal, wie's passiert ist. Du musst das Zeug irgendwie wieder runterbekommen. Am besten machst du nichts Drastisches. Also, keine Stahlwolle oder so. Verstanden. Hm. Keine Stahlwolle. Wo krieg ich jetzt hier Stahlwolle her? Hm. Keine Stahlwolle. Boozle. Musik